Ja, hallo und willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin Nizo und wir spielen Battlefield 4. Ich muss leider Gottes sagen, es ist, okay, jetzt mal abgesehen von Hardline mit einer der schlechtesten Battlefield-Teile, die es gibt. Es gibt bloß zwei Hardline und der Teil. Den Teil finde ich jedenfalls so doof, wegen der Story. Man hops von allen, ja, wie sagt man so schön, von einer Station zur anderen und es wiederholt sich halt sehr viel, beziehungsweise, was mir hier dran auch ein bisschen ankotzt ist, die Controller über Unterstützung ist gleich null. Man kann zwar mit Controller spielen, aber es ist halt eine Sache für sich. Beziehungsweise muss man halb Controller spielen und halb mit Tastatur. Und das ist halt, ja, nicht so mein Ding. Mal gucken, wie ich mir da mache. Und ich hoffe auch, dass ich nicht so stressed bin von der ganze bekloppte Musik. Ich hoffe, dass ich ihn nervt auch. Extrem. Naja. Fangen wir mal an. So, wo sind wir? Wir haben nichts nachher. Hübsch. Ohne Munition. Noch hübscher. Und... Wir laufen. Wir laufen wieder. Also ich finde, der Teil ist für die Konsole, äh ne, für Konsole gut umgesetzt, aber für den PC, naja, bei Weitem mehr schlecht als recht. Bei Weitem schlechter. Da man halt bei die Waffenoptionen, wenn man sich halt eine Waffe aussuchen kann, permanent die Maus braucht. Man kann das nicht mit Controller machen. Aber ich habe es mit dem richtigen Controller, per, wie heißt der Schrott, ähm, per Xbox-Controller probiert. Und per B, beziehungsweise ich spiele hier mit dem Playstation 3-Controller. Und es klappt gar nichts. Es ist überall das gleiche. Ich zeig euch mal, was ich meine. Jo. Ich zeig euch mal, was ich meine. Ja, komm, hast du mir meine ran. Hast du Zeit. So. So, das können wir machen, aber, wie ihr seht, ich kann nichts machen. Ich kann hier keine Waffe, oben kann ich machen, aber unten kann ich nichts auswählen. So, ich habe hier schon mal ein paar freigeschaltet, zwei, um genau zu sein. Weil ich halt einmal ganz gut gespielt habe und das mit das extrem hier auf den Sack geht. So, damit können wir auch die Waffe, wie können wir denn hier die Waffe, bitte. Fertig. Ich hätte gerne... Ah, jetzt klappt. So. Komm. Sie haben mich festgenagelt. Eins. Zwei. Sie sind noch mehr, siehst du sie? Na los. Und. Noch zwei, legt sie aus. Ich bin ja schon dabei. Eins. Zwei. So, jetzt können wir hier Waffen wechseln. Äh, einzuschluss, ja, einzuschluss ist immer gut. Das ist wohl doch nicht so sicher. Äh, hier können wir die Entfernung unten machen, 100 Meter, wir nehmen mal unten, guckt in die Mitte, 100 Meter, 115 und 15. Frag mir aber bitte, ne, wieso es, äh, 50, 100, 150, 100 geht, ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist einfach bloß für PC schlecht umgesetzt. Die Grafik ist auf höchste Grafik eingestellt und wie ihr seht, äh, so viel wie viele sagen, super Grafik und so, ist es auch nicht wirklich okay. So, nicht mehr. Oh, du gibst das Zeichen und wir fahren auf deine Ziele. Oh. Ich habe dich, habe dich, habe dich, habe. Was hast du? Hast du auch noch AK-12? Alle haben noch AK-12. Scheiße. Woran lag das nun? Ich bin unter dem Mittel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht unter einfach und eigentlich kann ich das Spiel in Schlaf, aber ich habe keine Ahnung, wer mich jetzt gerade im Verlust hat. Ja komm. Du gibst das Zeichen und wir fahren auf deine Ziele. Ja. 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 Aber da hinten ist eigentlich eine Hundemarke. Die habe ich aber schon geholt. Also wie einige Waffen. So, wieder mit der Tastatur. Ich hasse es. Ja, egal, die caminho. Das muss man in Frage sagen. Und zack! Leicht zum Verwärmen. Jo! So. Ich geh mit dem Echt. Eins. Zwei. Zwei. Ah, dann kommt's mir nicht. Einfach. Station. Danke. Hm. Ja. Ja. Wir wissen nur alles. Das ist ja Pettelviert. Da wo es weiß und rot wird. Ah, ja kommen die Schüsse. Wissen weil es nur schläut. Äh. So lang. Och Jungs. Na warte ja nun. Ah, brauchst du nicht. Ja. Ja. Du hast da. Ja. 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 Dann. Das ist ein bisschen schmerzig. Komm. So, nächster. Ja, komm. Kletter rauf. Ne? Ah, der ist klüger als die anderen. Okay. Bereit zum Angriff. Ja, schön. Brauchen wir aber den Angriff nicht. Okay, der ist klüger. Trotz der Gäste. Oh, krass. Oh, 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 oh. Ja, ein Schmerziger. Oh, oh. Die Gäste. Komm. Komm. Da muss man. Okay, gib uns die Ziele. Guter Showstracker. Komm. Komm. Steig dein Kölbchen raus. Komm her. Ach, Junge. Geht doch. So, die ist da schon wieder. Okay, warte auf die Ziele. Oh, ey. Ich schieße die Seite. Ich schieße. Ja, ich schieße. Ich schieße. Ich schieße. Okay, das brennt. Das kräftige Auer. 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 Da sind weitere Wärmesignaturen auf dem Kampf vor uns. Das kräftige Auer. 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 Das kräftige Auer.